mal gucken was der kaffeesatz zu bieten hat so langsam ja aber so schleichender prozess da machst du deine fortschritte ja du wirst immer auf deinem weg immer auf dem boden gehauen ja aber je mehr du dich bewegst desto größer wirst du es gibt leute die dir wette eifern ja aber die hängst du ab also brauchst du keine sorgen zu machen in dem kreis versucht jeder irgendwie den weg zu gehen ist jeder ein pferdförmige figur die also ein rennpferd fährt ist immer ein sehr gutes zeichen wir versuchen leute mit hinterher zu rennen ja aber diesmal bist du der sieger im rennen das war's bis zum nächsten mal mal